Sie wollen nicht, dass in Zeiten der Klimakrise Bäume für den Straßenbau gefällt werden und besetzen deshalb einen Teil des Dannenröder Forstes. Die Polizei versucht das Waldstück zu räumen und wurde dabei gestern nach eigenen Angaben von den Umweltschützern mit Pyrotechnik beschossen. Anlass der Auseinandersetzung ist der umstrittene Ausbau der A49. Die Autobahn würde nach Fertigstellung Kassel und Gießen direkter miteinander verbinden. Für den Lückenschluss soll allein im Dannenröder Forst in der Nähe von Stadt Allendorf auf einer Fläche von 27 Hektar Bäume gerodet werden. Etwa 50 Aktivisten harren auch den vierten Tag in Folge in diesem Abschnitt des Dannenröder Forstes aus. Ihr Ziel, die Rodung zu verhindern oder zumindest zu verzögern. Der Weiterbau der Autobahn A49, ein vor Jahrzehnten geplantes Projekt, das heute die Grünen in Hessen in Konflikt mit ihrer Basis bringt. Wenn die Bäume eine Krankheit hätten oder der Borkenkäfer oder so, dann ist es klar, dass Bäume gefällt werden müssen. Aber nicht nur, um eine Autobahn, eine weitere Autobahn in Deutschland zu bauen. Auf der anderen Seite, die Polizei mit bis zu 1000 Einsatzkräften, ist sie auch heute wieder vor Ort. Ihre Aufgabe, die Baumbesetzer aus ihren Baumhäusern zu holen, um den Weg für die Waldrodungsarbeiten freizumachen. Gestern wurde auch die bekannte Klimaschutzaktivistin Carola Rakete in vorübergehenden Gewahrsam genommen. Es gibt glücklicherweise einen friedlichen Protest, den wir uns wünschen und den wir auch vollkommen akzeptieren. Es gibt aber auch, wie wir es gestern gesehen haben, leider aggressive Formen, die vollkommen inakzeptabel sind. Angriffe auf Polizei, Beamte, Beleidigungen fortwährend. Die Polizei will aber ihr Konzept der Deeskalation beibehalten. Doch das dauert. Bisher sind erst 200 Meter geräumt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017